So, hier haben wir eine Schalke-Prime-Mannschaft, bin mal gespannt, wer da alles vorkommt. Ich schreibe mal meine Schalke-Prime-Mannschaft ab der Meister-der-Herzens-Saison, weil ich habe da alle Spieler verfolgt. Neuer Safe, kann man machen. Sané würde ich nicht nehmen. Naldo kann man machen. Höwedes kann man auch machen. Ushida würde ich fast schon auch mit reinnehmen. Ushida oder Rafinha, Kolasinac oder Panda für mich. Rakitic, schwierig, sehe ich noch nicht so stark auf Schalke. Goretzka war ziemlich gut, kann man auf jeden Fall mit reinnehmen. Raul, Safe, der gehört dazu. Terodde, ne, zu wenig gespielt und auch nicht so gut. Huntela, ja, Huntela, ja, fehlen mir ein paar.